Samstag, 15. Februar, 14 Uhr, Eintracht Braunschweig gegen Kaiserslautherren, 2 zu 0. Jasmin Fritzig, Robin Kicker, Felix Burdmeister, Niko Kiewski, Robin Zeigle, Mark Fisner, Adric Kamenbauer, Marvin Burke, Nick Brischwitz, Mieke Frikins-Bahn, Lennart Grill, Kevin Krauss, Dominik Schatt, Alexander Nitzkik, Anneri Arnold, Carlo Schicknecker, Yannick Bachmann, Timmy Thiele, Florian Peck, Henrik Zuck, Christian Kulewetter, Reiten, UH-54. Fertig.